Ja, zwei Viererketten, die Viererkette in der Abwehr und im Mittelfeld, also typisch britisch auch. Zwei Mann in der Mitte, Philippen und McCart, die sind beide quasi Vorstopper und haben natürlich auch die Lufthoheit. Der Mann, der ansagt, was passiert, ist McCart, Kopf war stark, aber Probleme haben sie auf dem Boden und deshalb gilt für die Dortmunder Klatspiel und Hofe Wün. Bei uns in Deutschland ist es ja so, da spielt meistens noch ein klassischer Libro, der ist auch gleichzeitig der Abwehrchef. Jetzt kann so einer wie der McCart, den wir da eben gesehen haben, innerhalb einer Kette eine ähnliche Aufgabe, also als Boss, versehen. Ja, das ist ja der Kopf der Abwehr dahinten, aber er hat auch die Aufgabe, als Mannbecker gegen grische Stürmer zu übernehmen. Wenn sie auf der rechten Seite kommen, auf seiner rechten Abwehrseite, dann ist er der Mann. Und wenn sie auf der linken Seite sind, dann ist Philippen der Mann, der sie auch fangen muss. Dann schnell zur Borussia, liebe Zuschauer. Und da werden sie eben sehen, mit der Nummer 5, zum ersten Mal Julio Cesar in Libro aus Brasilien, der zuletzt in Turin spielte. Und daraus ergibt sich taktisch natürlich jetzt eine neue Formation, denn Matthias Sammer rückt wieder ins Mittelfeld. Vor- oder Nachteil für die Borussia? Also ich persönlich sehe da überhaupt gar kein Problem, der Matthias Sammer ist es gewohnt, im Mittelfeld zu spielen. Er hat jetzt nur im letzten halben Jahr Libro gespielt. Er wird sicher irgendwann als Libro enden, aber ich denke, es wird kein Problem für ihn heute werden. Andreas Möller, wie immer, zuletzt hinter den Spitzen. Und eins ist vielleicht noch wichtig, auf der Bank sind zwei Leute, wie Lars Ricken oder wie Flänky Paulsen, die eigentlich auf der Stelle ins Rennen geworfen werden können, mit dem Sieg hat, oder? Ja, natürlich, wenn ein Tor gebraucht wird, dann kann man sicher mit drei Stürmern spielen. Und dann werden die mit ihrer Führerkette bestimmt ein paar Probleme geben. Danke, Helmut. Und insoweit, liebe Zuschauer, sind Sie gut vorinformiert über das, was gleich folgt. Nämlich Borussia Dortmund gegen FC Madderberg mit Ihrem Reporter Bernhansch, die Stimme aus dem Witt und Ihrem Regisseur Thomas Raab. Wir freuen uns auf Sie. Wenn es in dieser Klasse ein Auto gibt, das besser ist als der neue Mazda 323, bitte vortreten. Das haben wir uns gedacht. Der neue Mazda 323. Kein Vergleich. Mh, dieses Aroma, das sind doch Byzantiner Königsnüsse. Ja, Chef. Die Ferrero-Auslese für Rocher. Traumhaft. Viel zu hitzeempfindlich. Deshalb macht Rocher im Sommer Pause. Sollen einfach andere Nüsse nehmen. Für Rocher? Nur Pizzen. Byzantiner Königsnüsse. Das Ferrero-Prädikat für auserlesene Nüsse mit königlichem Aroma. Nur für Rocher. Jetzt wieder bei Ihrem Kaufmann. Mh, 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 Mh. Eiskaltes Wasser. Jeder Muskel meines Körpers ist gespannt. Und jetzt in meinen wohlfühlbaren Mantel. Und das alles mit dem kleinen neuen Lenore Ultra. Ich nehme so wenig. Fast mein Fingerhaut voll. Meine Haut liebt dieses griffige Gefühl. Und so natürlich frisch. Ja. Ich fühle mich wohl. In Lenore Ultra. Schau mal. Dort wird der berühmte Holland-Gauder gemacht. Natürlich gereift. Und sorgsam geprüft. Echte Käse aus Holland. Da schmeckt man die Gaskunst. Jetzt nach der Sommerpause gibt es Rocher überall in neuer Verpackung. Plastik wurde durch Karton ersetzt. Rocher. Jetzt in Kartonbox. Dortmund gegen Motherwell präsentiert von Kronbacher. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie hier aus dem Westfalenstadion. Ich bin sozusagen der letzte Singvogel hier auf der Stange. Meine Kollegen Roland Leu, Sani Maden zu unserem Fußballchef und Erich Laser werden mir auf die Finger klopfen und mir die Zunge führen, wenn es nötig ist. Also, wir haben ja die Spieler schon aus dem Versatzkasten geholt, haben die Namensschildchen schön auf Papier geklebt. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich freue mich immer diebisch, wenn mal einer aus dem Rahmen springt. Also, die Mannschaften stehen unten bereit. Schiedsrichter Charles Egius aus Malta. Und was sehen wir da, liebe Fußballfreunde? Borussia Dortmund zum ersten Mal in einem Pflichtspiel. Ganz in weiß. Da fehlt nur noch der Blumenstrauß. Dann könnten wir die Nummer hier schön absingen. Echt? Schöne Grüße von Roy Blech. Ja. Otmar Hitzfeld zum ersten Mal mit seiner Traumaufstellung. Julio Cesar, der Mann im Abwehrzentrum. Und das war Andi Möller, der hinter den beiden Spitzen agiert. Haben wir ihn. Zuletzt eine ganz, ganz schwache Vorstellung in Frankfurt. Das hat ihn mächtig gewurmt. Nicht nur ihn, auch Trainer Otmar Hitzfeld und Knut Reinhardt. Der Mann mit der neun. Tommy Coyne. Chapuisar. Und Robert McKinnon. Rob McKinnon, der heute eine andere Aufgabe, taktisch gesehen, zugewiesen bekommen hat. Von Trainer Alex McLeish. Julio Cesar. Zu Chapuisar. Und Riedle. Zweite Spielminute hat gerade begonnen. Dieser weite, öffnende Pass von Julio Cesar. Dann Chapuisar und Riedle. Gegen Martin. Brian Martin. Ja, da denken wir doch. Diese großen, bulligen, schottischen Abwehrspieler, die hauen da hinten alles raus, was hoch in den Strafraum kommt. Aber Karl-Heinz Riedle hat natürlich seine Qualitäten im Kopfballspiel. Matthias Sammer, heute neue Rolle im Mittelfeld. Da haben wir ihn. Er soll die Abwehr verstärken und den Angriff ankurbeln. Aber Vorsicht, Coyne gegen Kreb. Tommy Coyne, der 31-Jährige, ein Mann mit einer sehr interessanten sportlichen Biografie, auch mit einer tragischen, darüber werden wir noch zu reden haben, und Julio Cesar. Er macht ja sein erstes Spiel hier im Westfalenstadion. Einmal im Pokal war er engagiert, damals beim 2 zu 0 Erfolg in Altona. Dann Faserriss, Knieprobleme und heute. Reuter. Hat viel Platz jetzt, Knut Reinhardt. Dolan kommt nicht nah genug heran. Und wieder auf Riedle. Möller. Das ist Steven Woods, der 24-jährige Schlussmann. Noch einmal. Diese schöne Flanke von Reinhardt. Und dann Andi Möller. Ja, er soll sich ja über den Europapokal wieder rankämpfen. Und soll so eine Form wiederfinden, auch im Hinblick auf die Nationalmannschaft. Lambert. Einer der Mittelfeldakteure. Und das ist Douglas Arnett. Ein buseliger, gefährlicher, gefährlicher Stürmer. Na, da haben wir schon ein bisschen was gesehen, was die Schotten so vom Zweikampf verstehen. Arnett im Duell mit Knut Reinhardt. Riedle. Sammer bietet sich da vorne an, aber Martin aufmerksam. Das ist einer von den Schotten, die auch mal einen gescheiten Pass schlagen können. Ansonsten, typisch britische Spielweise, lange Bälle nach vorne, meistens suchen die den Neuner, den Tommy Coyne. Und er versucht dann abzulegen auf Douglas Arnett, diesen kleinen, buseligen Stürmer mit der Nummer 10. Reuter. Oh, Missverständnis. Bei Knut Reinhardt. Ja, Ottmar Hitzfeld hat den Gegner natürlich stark geredet, hoffentlich nicht zu stark für die Psyche seiner Spieler. Er fürchtet die Zweikampfstärke und die Kondition der Schotten. Riedle. Davis, McCoyne. Möller. Ah, da machen sie gleich dicht. Philippen und McCart, der Mannschaftskapitän. Das sind die beiden, die die Innenverteidigung bilden bei den Schotten. Sehr offensiv von Anfang an. Julio Cesar. Dafür Zorc. Nach der neuen Rollenverteilung der Dortmunder. Sicherlich ein bisschen defensiver von Hause aus. Er hat natürlich kein Verbot, mal in den Strafraum zu gehen, wenn es sich anbietet. Coyne. Davis läuft. Dolan. Ein Eigengewächs. Der Schotten. Aus Motherwell. McKinnon. Brian Martin. Letzten Samstag im Punktspiel bei Dundee United. Da spielte er noch auf der rechten Seite in der letzten Viererkette. Da hat Alex McLeish, der Spielertrainer von Motherwell, einiges umgeändert in seinem Konzept. Das ist übrigens der Co-Trainer. Das ist Andy Watson. Der war schon mal hier zur Spielbeobachtung. Da haben wir ihn, ganz vorne jetzt. Das ist Alex McLeish, 35 Jahre alt. Könnte sein, liebe Zuschauer, dass der sich heute noch selber einwechselt. Und da zückt er zum ersten Mal das gelbe Papier. Gegen Davis. Bill Davis. Einer der älteren im Schiebenteam der Schotten, 30 Jahre alt. Linksfuß. Reinhardt. Sie lassen die Dortmunder so 20, 30 Meter innerhalb ihrer eigenen Hälfte durchaus noch kombinieren. Den Ball flach halten. Kurze, direkte Pässe in die Zwischenräume der Viererketten. Das ist das Rezept, das Ottmar Hitzfeld seinen Jungs verordnet hat. Jetzt heißt es nur noch umzusetzen. Völler. Schabrüter. Schön, wie er sich durchsetzt, Andi Möller. Martin lässt ihm Platz zum Flanken. Und Chapuisar relativ unbehindert. Man ist sehr skeptisch, ob diese hohen Dinger in den Strafraum der Schotten Erfolg versprechen. Aber gerade haben wir es gesehen. Man muss variieren. Auch mal hoch. Und dann auf Abpraller lauern. Reuter. Ja. Schöner, fairer Zweikampf. Mektat hier Sieger gegen Chapuisar. Obwohl unten, da sind Sie verwundbar. Wenn einer mit dem Ball am Fuß ankommt, auf Sie zugeht, auf diese kantigen Abwehrspieler, dann ergeben sich Chancen. Dolan, Dolan und Lambert, die beiden Anspielstationen in den Mittelfeld. Jetzt haben wir Lambert. Gegen Sommer. Er hat ja in dieser Saison schon vier Tore gemacht für Mallowell. Im letzten Jahr war er der erfolgreichste dieser Truppe mit insgesamt zwölf Treffern. Aber auf den müssen Sie besonders aufpassen. Aber Reuter. Rob McKinnon. Rob Shannon. Er am letzten Samstag nicht dabei. Wegen einer Verletzung. Und Arnett auf Köln. Oioioioioioi. Tommy Coyne. Da hat er was angedeutet von seiner Gefährlichkeit. Super das Zuspiel aus dem Netz. Das Zuspiel von Doug Arnett. Ja, das ist eine merkwürdige Geschichte mit diesem Tommy Coyne. Er war bei der Weltmeisterschaft in den USA dabei. Allerdings nicht für Schottland, wie man eigentlich vermuten würde. Der Junge ist ja in Glasgow geboren. Sondern für Irland. Jack Charlton. Der listige Irrencoach. Der hat da eine Großmutter entdeckt. Gefahr. Wieder bei dieser hohen Flanke auf Riedlech. Und Eckball. Von Reuter kam dieser Ball. Da war Philippe noch dran. Eckball. Alle Borussen jetzt aufgerückt in die Hälfte des Gegners. Bis auf Stefan Kloos. Der steht auch an der 16er Linie. Und Cäsar. Sammer. Kurz und direkt gespielt. Aber dann Martin auf der Hut. Und wieder Lambert. Davies. Coyne. Ruckzuck geht das. Lambert war durchgelaufen. Und das macht dieser Tom Coyne außerordentlich geschickt. Hier nochmal zu sehen. Martin Kree. Zentimeter vor Paul Lambert am Ball. Clear zur Ecke. Ja, in der Rückwärtsbewegung muss man natürlich aufpassen, wenn die Schotten kontern können, so wie gerade eben. Das ist Davies. Eigentlich unverständlich bei diesen Ecken. Man hat schon gemerkt, was hier läuft. Ob man jetzt fällt. Druck nach vorne machen, aber die Deckung nicht vernachlässigen. Auf keinen Fall. Philippen. Auf den langen Mutz, der misst 1,90 Meter. Ist auch neu bei Motherwell. Wir haben ihn geholt, Anfang der Saison, von einem Drittligisten, von Preston, aus der dritten Liga. Gewaltiger Sprung in die Premier de Ville. Reinhard. Chapuza. Aber Rap Shannon. Der seine Verletzung auskuriert hat, die ihn am Wochenende zur Pause zwang. Heute wieder dabei. Wieder auf Coyne. Jetzt hängt er weit zurück. Der Mann ist überall. Das ist im Grunde genommen ein Spielmacher in dieser schottischen Mannschaft, obwohl er Mittelstürmer ist. Und Möller. Ja, da hat er mal den Turbo angedeutet. Knapp 15 Minuten. Knapp 15 Minuten. noch mal schaprisa da reklamiert riedler ich weiß gar nicht was sperren ohne ball oder handspiel irgendwas hat ihm nicht fallen aber charles egis aus malta der unpartei schild der stellen sich das mal vor liebe zuschauer sich als hobby einen privaten weinberg hält auf dem er sich sein leckeres tröpfchen züchtet den mann kann man beneiden außerdem ist aber einer fluggesellschaft beschäftigt ich denke mal auf schwalben wird er also nicht reinfallen der kennt sich aus in dem gewerbe und das ist wieder rock timen dieser rothaarige kantige auf der linken seite und reuter da muss seine schnelligkeit einsetzen und sein durchsetzungsvermögen aber mit den zweikämpfen da hapert es bei dem stefan ein bisschen in der bundesliga jedenfalls da hat er doch deutliche rückstände erstaunlicherweise bei seinen athletischen voraussetzungen dass wir greck arnold der wuseler dolan ja den gegner stören schon bei der ballabgabe wenn gleich diese langen dinger kommen zu fehler verleiten da wieder auf kreuen gegen schmidt die dortmunder abwehr das kennen sie liebe zuschauer aus der bundesliga natürlich im raum gestellt kre ist nun mal ein links fuß und schmidt auf der anderen seite aber hand spiel ja klar gesehen von charles regis matthias sammer also deckung stabilisieren angriff ankurbeln im grunde genommen ist er heute so eine art übermöller talk kann man fast sagen er soll beides miteinander verbinden mittelfeld ist überall für sammer aber so hat er ja die liebe rolle hier auch schon glänzend ausgefüllt in dort wieder dohlen mckinnon shop nehmen das tempo raus fairer einsatz von bodo schmidt gegen arnett und wieder sammer reuter läuft fordert den ball stattdessen läuft der jetzt relativ langsam durch das dortmunder mittelfeld mörder keine große bewegung bei den dortmunder jetzt julio cesar alles mit tempo 30 hat jetzt platz ja matthias sammer oh oh das ging ein bisschen schnell jetzt gelb für sammer da würden wir gern noch mal ein bisschen besser im wilde sein bei diesem ausheber möchte ich sagen sammer war ja eine rückwärtsbewegung gegen davis das hätte ein erfolgsversprechender schottischer konter werden können er selber ja noch mit leichten beschwerden in diese partie gegangen ein faserriss im rippenbereich aus frankfurt hat er mitgebracht sie können sich darauf verlassen liebe zuschauer wenn ein schotter am boden bleibt dann hat er was dann hat er was ansonsten spielen die nach der devise fußball ist wenn du aufstehst und weiter kämpft und weitermacht und das macht der davis das ist philippen john philippen auch schon seit acht jahren bei motherwell ryan martin macht sich erstaunlich weit nach vorne in diesem moment und die dortmunder kapuisa reinhard läuft und er müsste mal was versuchen eins gegen eins gegen schennen immer noch knut reinhard drängelt sich jetzt alles in der mitte zorg auch der reuter kommt sogar noch mal wir sind schon so kurz die haare von shannon von robert mckinnon wollte ich sagen aber er war noch dran und das reicht für einen eckball den wie der schabwieser ausführen wird vorne steht der kleine davis das war's das problem von herrn wutz von stiebwutz hohe bälle dann kriegt er oft mit einem ganz weichen arm und packt daneben das konnten wir am samstag auch in dann die bober schön aufgepasst von lambert und weder mckinnon das ist sozusagen der knut reinhard von motherwell schennen winkt hat viel platz aber so nicht aber irgendwie ist die dortmunder maschine noch nicht auf schwung gekommen die spielen gehemmt die jungs da ist zu wenig tempo zu wenig bewegung ohne ball bisher wenig probleme bei den schotten die selbst schon zwei sehr gefährliche von da fahren konnten einmal durch davis in der achten und dann coins schuss ans außennetz da schliegen wir die elfte spiel heute weil die auch karl heitz musste versenken herrlich die vorarbeit vorbei martin und wann hat er schon mal so viel platz der karl heitz rief völlig unbedrängt da war keiner mehr das wird ihm so gut tun dem karl heitz er weiß ja selber dass er so eine scheiß saison gespielt hat letztes jahr solche chancen gibt es bei der schottischen kompakten abwehr nicht oft und dann kann er den packen da bin ich mir ziemlich sicher er ist nicht so locker eingehängt in der hüfte und auch nicht so leicht schwenkbar wohl auf anspiel entschieden bei reuter anders kann ich die situation nicht deuten 38.000 zuschauer im westfalen stadion natürlich ausverkauft und zock reiner geht reiner geht ja das recht ihn auf den alex mcgliesch 77 länderspiele für schottland ein erfahrener ab da war ja im grunde gar keine gefahr aber mckinnon klärt zu ecke jetzt mal reuter bisher immer schaffiser ja 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 Ja, gut gedacht von Knut Reinhardt, dieser Pass auf Riedle, aber die Schotten eben doch aufmerksam und bei den Dortmunderern knullt sich alles in der Mitte zusammen. Die stehen sich da auf den Füßen, hat man den Eindruck. Sauber von K. Sama bietet sich an. Und Möller. Möller! Sama! Vielleicht eine Sekunde zu lange wartet, Matthias. Die Bahn war frei und noch einmal Reinhardt. Aber es ist unverkennbar. Man kann es nicht übersehen. Es wird sofort kribbelig vor dem Schottenstrafraum, wenn die schnell und direkt abspielen. Da sind sie zu packen, diese Schotten aus Malderberg. Ja, ein bisschen hart eingestiegen. Odo Schmidt. Gegen Dac Arnett. Komisch. Den nennen sie in Schottland Gerd Müller. Warum wohl? Wahrscheinlich, weil er so wuselt im Strafraum und immer den richtigen Riecher hat für torgefährliche Situationen. Da hat man gerade wieder. Er hat bisher recht behalten mit seiner Prognose, Ottmar Hitzfeld. Das wird ein schweres Stückchen Arbeit. Aus der Erfahrung von Celtic Glasgow, die man vor zwei Jahren als Gegner hatte im UEFA-Pokal. Und auch das war nicht einfach. Und auch das war nicht einfach. Lambert. Unsicherheit jetzt bei Cäsar. Und Coyne! Die zweite große Chance für Tommy Coyne. Man braucht gar nichts mehr zu sagen. Über diesen Mann. Ja. Und diese Riesenparade von Stefan Kloß, liebe Zuschauer. Der wird ja oft kritisiert. Aber auf der Linie ist eine Bank. Arbeitet auch intensiv mit Toni Schumacher. An so einen kleinen Defiziten, vor allen Dingen beim Rauslaufen. Beim Fausten und so. Und das ist Davies. Gucken Sie mal, wo der Coyne steht. Das ist unglaublich für mich. Unglaublich. Der stellt sich immer hinter den Torhüter bei den Ecken. Was sucht der da? Unglaublich. Da steht er normalerweise wie auf einem stillgelegten Bahnhof. Da kommt kein Zug mehr an. Natürlich denkt er sich was dabei. Der will Lücken schaffen. Für die Abwehrspieler, die mit nach vorne gehen bei diesen Standardsituationen. Man kann es nicht vermeiden, liebe Zuschauer. Standardsituationen. Die Engländer sagen, deadball situation. Deadball situation. Klingt auch nicht schlecht. Das ist wieder Reuter. Zog. Und Möller. Davies vor ihm. Alle jetzt wieder gut markiert. Alle gut markiert. Da muss man auch mal was wagen. Eins gegen eins. Da muss er antreten. Da muss man versuchen vorbeizukommen. Ein Loch zu reißen. Und die Dortmunder Stürmer, denke ich, müssten sich besser bewegen. Sie müssten parallel laufen vor der Viererkette. Verwirrungsstift. Ja, das Spiel mit den Augen. Ja, das Spiel mit den Augen. Charles Agus von Malta. Schmidt. Aber planlos. Planlos reingehauen, der Tink. Und die Möglichkeit zum Konter. Reb Shannon. Alles frei rechts. Lambert geht nach außen. Arnett wird angespielt. Regt auf. Lambert. Aber der war irritiert von Martin Kree. Viel, viel strebiger, wenn die nach vorne spielen, die Schotten. Zwei, drei, vier Spielzüge. Paul Lambert. Im zweiten Jahr bei Maltawell von St. Mirren gekommen. U21-Nationalspieler bei den Schotten. Der Mann mit der Nummer sieben. Zock. Der Coyne verfolgt den doch tatsächlich bis weit in die eigene Hälfte. Tommy Coyne. Oh ja. Foulspiel Dorlen gegen Müller. Schapisa. Zu eng, zu eng, zu dicht. Zugenagelt war der 16er. Aber Geduld haben. Immer wieder versuchen. Das wusste natürlich auch Ottmar Hitzfeld. Dass das hier nicht gleich klappen kann. Die mitgereisten schottischen Fans machen hier ein schönes Spektakel hinter dem eigenen Tor. Ungefähr 1000 dürften es sein. Deshalb gibt es da oben auf der Tribüne auch noch ein paar Lücken. Die Dortmunder Fans sind natürlich vollzählig hier, liebe Zuschauer. Ich glaube, da erübrigt sich jeder Hinweis. Auf der Südtribüne stehen sie dicht bei dicht. Abseits. Lassen Sie doch mal reinlaufen. Irgendwas will er uns sagen, der Ottmar. Ein bisschen Branchenlyrik am Rande. Das wollte er ganz lustig machen, der Andi. Schön mit rechts außen vorbeilegen. Ah, da war Philippen auf der Hut. Jetzt kommt Julio Cäsar. Und wieder Riedle. Ja, seine Riesenchance. Das wäre es gewesen in der 23. Minute auf die wunderschöne Flanke von Andi Möller. Das war die beste Szene bisher im Dortmunder Angriff. Und wieder Riedle. Reinert. Na ja, das ist nicht sein Stärkster. Nicht sein Stärkster, der Rechte. Ich weiß nicht, ob sie sehen konnten gerade. Und Riedle deutet an mit dem Unterarm. Kurz, spiel mich doch an. schöner einsatz von michael zorg er hier im mittelfeld abstauben soll gegen lambert und gegen dolen sicherlich von hause aus etwas defensiver eingestellt hat sonst der mannschaftskapitän der dortmunder michael zorg und möller kann jetzt gehen außen geht rein hat da lief auch etwas halbherzig der michael zorg man konnte erkennen praktisch gegen geordert des trainers liefert er nach vorne mckinnon wieder im abseits diesmal tommy coin auffällig ist bei den schotten dass dieses mittel der abseitsfalle eigentlich bisher überhaupt nicht einsetzen obwohl sie ja mit einer viererkette hinten stehen recht das bietet sich an vom system her aber sie tun es nicht haben doch wohl angst vor diesen schnellen dort unterstürmen davis davis aber wieder im abseits freuen klar zu erkennen funktioniert jetzt ganz gut bei bei dortmund also jetzt sind wir noch etwas besser im bild der liebe zuschauer klar zu erkennen auf dieser langsamen einstellung tommy coin deutlich im abseits schön aber kein gegen julio cäsar da sieht man natürlich der ecke der brasilianer und bekannte und außerdem noch ein guter techniker und so langsam wie er von manchen gemacht wird ist er auch nicht capri sa mit versuch was der riedle und abseits und abseits vielleicht können wir auch in diesem fall das langsame rohr noch mal rausholen da ich bin mir nicht sicher bei dieser einstellung bin ich mir nicht ganz sicher jetzt kommt das abspiel doch ja ja doch doch ja liebe zuschauer das ist ja nichts neues unsere kamera ist auch nicht das auge portis aber aber in vielen fällen kann sie doch sehr helfen möller reinhard gegen shannon und noch mal reinhard schön gesehen macht ein leichtes technisches problem bei der ballannahme bei martin krieg sonst hätte er womöglich schussball gehabt dafür freuen er weiß genau was er macht man den ball halten muss man langsam machen muss und wann er seine mitspieler einsetzt drüben auf mckinnon er traut sich mal nach vorne mckinnon mit dem rechten fuß da haben wir der junge ist von hinten so populär gerade gut zu erkennen mit dem rechten ja am letzten samstag in dandy da rannte der die linie rauf und runter auf der linken seite aber dortmund ist nicht dann die knapp 40 minuten liebe zuschauer wo bleibt der dortmunder angriffsschwung im grunde stückwerk sie können die rezepte von ottmar hitfeld bisher nicht umsetzen das ist gefährlich aus aber im grunde genommen und problematisch bei diesen langen kerls dahinten drin philippen und chris mccart ist da eigentlich nichts hörbar steve woods hatte noch wenig zu tun fehler zesau kohlen menschenskind tommy normal übernmal julio cäsar eine knappe handbreite tommy kohlen aber ist der bursche gefährlich seine zweite riesen chance hier in führung zu bringen ja das wird er nicht so gerne sehen der julio noch einmal sein katastrophaler fehler und dann will er festhalten auch noch aber einen kohlen einen kohlen festzuhalten das ist schwerer als eine sau am eingeseiften schwanz reinhardt und einzig richtige in der mitte wieder alles dicht reuter mal vorbei an kennen aber dann blind da ist die fahne hoch die fahne hoch dabei abseits position abseits position von karl 1 riedle bei diesem schuss von cäsar also die ganze aufregung zurück marsch marsch ins körbchen niederabseits position die können schön lachen die jungs da gucken sie mal da sagt einer die haben so kaltes blut die schotten ja junge aber unterm rock kapuysa schön gemacht gegen mckart spiel am boden vorteil der dortmunder pöller und reuter kein eckball wie die dortmunder wohl wünschten jetzt schauen wir es noch mal genau an reuter hat ihn glaube ich nicht berührt oder doch wer will das schon sagen selbst bei dieser langsamen einstellung war ich mir nicht so ganz sicher ob mckinnon den ball noch berührt hat nach der flanke von stephan reuter wie auch immer wir können es ähnlich ändern aber die letzte minute läuft liebe zuschauer 0 zu 0 die kompakte abwehr der schotten hält den dortmundern ist bisher nichts sinnfälliges eingefallen diese deckung auszuhebeln diese deckung auszuhebeln ein zwei möglichkeiten die größte war der kopfball von riedle in der 23 minute aber auch die schotten denken sie allein an die beiden hochkarätigen chancen von freistoß für dortmund noch einmal reguläre spielzeit oben das ist eben die ganze cleverness von diesen kreuen der sieht dass er da nichts machen kann dass er mutterseelen allein steht dann eben zeitschinden den ball noch ganz langsam ins tor aus befördert hochzufrieden natürlich die schotten mit diesem pausen ergebnis 0 zu 0 julio cesar komm junge hart gedeckt riedle kaum eine chance sich da zu lösen und reuter wo bleiben die entscheidenden impulse von matthias sammer wo sind die von möller sind nicht gekommen riedle und chapuisa wie man hier sieht immer hautnah da lösen sich die schotten jetzt sogar aus der abwehr also liebe zuschauer ich denke mal aus dortmundersicht bestimmt nicht befriedigend dieses 0 zu 0 zur pause jetzt heißt es ab in die werkstatt runter von der bühne zum rund erneuern und dann hoffen wir liebe zuschauer dass wir nicht noch null summen spiel auch in der zweiten spielhälfte haben dortmund gegen motherwell präsentiert von krombacher gleich geht's weiter mit live ran interviews und analysen aus dem dortmunder westfalen stadion für sportliebhaber hat auch der mittwoch einen höhepunkt und wir sind der grund libero streit spielt matthäus falsch steffi und franzi tränenschmerzen und triumphe chapuisa noch sechs jahre in dortmund basketball zwölf extra seiten zum saison start mittwoch in sportbild mhm dieses aroma das sind doch byzantiner königsnüsse die ferrero auslese für rocher traumhaft viel zu hitze empfindlich deshalb macht rocher im sommer pause sollen einfach andere nüsse nehmen für rocher? mupitz byzantiner königsnüsse das ferrero prädikat für auserlesene nüsse mit königlichem aroma nur für rocher jetzt wieder bei ihrem kaufmann morgen küsschen jeden morgen ist es da dieses pelzige abgestandene gefühl im mund der passat family jetzt bei ihrem volkswagenpartner hallo fußballfans noch nie war die bundesliga so erfrischend denn hier kommen die original emblema eurer vereine auf den coca cola dosen jetzt im handel also erfrischen und sammeln nichts wie ran sind sie der temperamentvolle typ der die frische des wassers und den duft des morgens mit allen sinnen genießen möchte dann gibt es für sie nichts erregenderes als dusch das noir im 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 dem e im 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 in im 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 Bounty, genieße ein Stück vom Paradies. Sind Sie der aktive Typ, der den Tag am liebsten mit einer kräftigen Dusche beginnt? Dann gibt's für Sie nichts Belebenderes als Dusch das aktiv. Für Sportliebhaber hat auch der Mittwoch einen Höhepunkt. Und wir sind der Grund. Libero-Streit spielt Matthäus falsch, Steffi und Franzi, Tränenschmerzen und Triumphe. Chapuisar noch sechs Jahre in Dortmund, Basketball, zwölf Extra-Seiten zum Saisonstart, Mittwoch in Sportbild. Ein Ball, ein Korb und ein paar sportliche Typen. Das bringt echt Laune. Fitness, klar trainieren wir, aber Spaß gehört nun mal dazu, wenn's was bringen soll. Auch beim Frühstück, mit Sachen, in denen doch was drinsteckt. Und die richtig schmecken, wie Nutella. Mit kernigen Haselnüssen und dem besten der Milch. Da steckt echt noch was drin und das schmeckt. Tja, und wenn's Spaß macht, kommt der Rest meist von selbst. Man schmeckt, was in Nutella steckt. Er ist aerodynamisch. Er ist komfortabel und sicher. Mit Servolenkung und Airbag. Serienmäßig. Und er hat einen großen Laderaum. Das alles bietet nur er. Der neue Transit. Ford, die tun was. Fenchel, Hummer, grüner Spargel und zu Blanché. Artischocken, frische Austern und ein Glas Blanché. Lachsforelle, Blattsalate und ein Schluck Blanché. Blanché. Der trockene Franzose mit Niveau. Das ist dritter Sport. Rum. Dieses Knusperstück heißt Rum, weil ein echter Schuss Jamaika... Ja, Rum drin ist. Und da... Rum. Schmeckt's. Dritter Sport, Rum. Dritter Sport, Rum. Das Knusperstück zum Rumknuspern. Den neuen Transit gibt's jetzt kostenlos. Auf Video bei Ihrem Fordhändler. Dortmund gegen Motherwell präsentiert von Kronbacher. Ja, liebe Zuschauer, wir sind wieder hier im Dortmund-Westfalen-Stadion 0 zu 0. Und das ist sie, die Dortmunder Fangesellschaft. Jurist würde sagen, Gesellschaft mit unbeschränkter Hoffnung. Die Jungs verlieren ja nie die Hoffnung. Frage ist, gibt es die Wiederbelebung des Angriffsspiels? Denn Flemming Paulsen ist neu im Dortmunder Spiel. Ja, den Dänen, den Sie hier alle liebhaben, der soll jetzt Druck machen. Und er ist gekommen für Martin Kree. Und das kann ja nur heißen, jetzt wird Dampf gemacht. Hinten sehe ich mal Dias Sammer. Ganz hinten. In respektablen Abstand zu Tommy Coyne. Und das ist Möller. Reuter! Brian Martin. Der Mann mit dem markanten Gesicht. Eiser. Ja, und sind leicht in die Zange genommen. Hier nochmal zu sehen. Und das ging sozusagen ins eigene Auge. Diese Abwehraktion gegen Möller. Da hat der Dolan wohl was abbekommen. Mit dem Ellenbogen. Aber ganz sicherlich unbeabsichtigt von Andy. Der konnte gar nichts anderes machen, weil die ihn in die Zange genommen haben. James Dolan. Der kommt wieder. Das ist kein Sitzenbleiber, der Dolan. Das wissen die ganz genau, die Schotten. Es gibt ja Bereiche, liebe Zuschauer. Da kann man allerhand aussitzen. Aber im Fußball ist das nicht so. Und da macht sich einer bereit. Bei den Schotten. Möglicherweise kommt er ja. Ja, das wäre Körk. Der am letzten Samstag noch ein Tor geschossen hat. Zunächst aber die Dortmunder. Das ist Schapisa. Ganz offensichtlich Rollenwechsel bei den Dortmunder. Sammer jetzt mehr nach hinten orientiert. Und Julio Cesar. Dessen zwei dicke Bolzen wir noch erinnern. Liebe Fußballfreunde aus der ersten Halbzeit. Jetzt weiter vorgezogen. Das war dem Rock mal wohl doch ein bisschen zu brenzlig. Denn ein drittes Mal würde sich ein Korn so eine Chance nicht entgehen lassen. Möller beim Eckball. Und Riedle. Cesar mit dem Kopf. Und da steht der Gold richtig. Noch einmal. Julio Cesar. Geistesgegenwärtig schnappt er sich das Ding. Steve Woods. Da stand ihm der Schreck ins Gesicht geschrieben. Also Cesar und Schmidt jetzt offensichtlich hinten in der Abwehr, wie von Matthias Sammer organisiert wird. Schmidt mehr bei Coyne, aber das kann sich verändern, je nachdem wie die beiden ihre Spielwiese organisieren. Der kleine Ahmet und der größere Tommy Coyne. Der rechte Flügel jetzt mit Pausen und Reuter. Schöner Doppelpass mit Möller, Reuter und Möller. Tiefsrichter entscheidet am Eckball. Eckball für die Borussia. diesmal wieder stefan heute also in den ersten minuten hier der zweiten spielhälfte mehr elan zu erkennen bei den borussen wieder cäsar vorne der karl-heins riede der läuft wie auf kommando läuft er einfach rein auch wenn der ball gar nicht zu sehen ist das ist so sein instinkt als kopfballspieler wieder eckmann ein ab es gäbe ein ganz einfaches mittel um diese sympathischen sage ich ausdrücklich heißblütigen jungs aus schottland hier ein bisschen abzukühlen das wäre erst mal ein türchen für die borussia davis zockt na dann sauber ausgebremst chris mccartens der natürlich weiß wenn er da vor sich hat da haben wir ihn der längste spieler auf dem platz abgesehen von steve wutz und stefan heute sauberes tackling da von brian martin genau diese aktion von pausen vorgelegt ja ohne einwirkung von martin eigentlich da kann sich ja nicht auflösen da ging sauber zum ball und im abflug so zu sagen dann hat er sich ein bisschen wehgetan der steppe aber es geht ja weiter ja erkennen stefan reuter gefällt mir gut er ist ein bisschen nach innen gerückt so auf die halbrechte position wechselt aber auch mit paulsen zeigt viel einsatz der steppe das ist shannon abseits ja ja gut gemacht von matthias sammer sonst wäre durch gewesen ja das ist alex maglisch liebe zuschauer das ist der trainer und der macht sich jetzt warm wundern sie sich nicht wenn der sich gleich selber einwechselt also im europapokal wettbewerb habe ich sowas noch nicht gesehen und riedle ja da hat er nicht geschaltet der julio riedel er wollte ihm vorlegen und er blieb einfach stehen ja bein stehen lassen in ordnung da wie mccoy ja ja entscheidung okay aber also dieser tommy mccoy nicht jammerlappig auf geht's und weiter das ist kein weichzeichner der junge er hat schon viel auf die socken gekriegt auf seinen zahlreichen stationen war ja letztes jahr kurz in england in der gegend von liverpool bei tram rovers dann ein tragisches familiengeschick seine frau schied aus dem leben und er wollte eigentlich schon mit dem fußball aufhören das war noch mal eine chance für mccard der schon mal nach vorne geht wenn es solche situationen gibt dead ball situation haben wir sie genannt erinnern sie sich noch liebe fußballfreunde also dann haben wir tatsächlich 3000 dazu gemacht aber das weiß hier in dortmund nie einer so genau 35400 und paar kleine kam gerade offiziell durch pausen stefan schaffrisa wie in besten tagen ja wenn das ding gesessen hätte pausen noch einmal da haben sie liebe zuschauer die knallbunte operbühne im westfalen stadion halb hoch halb hoch super und das war das rezept wie man durch die vier rakete marschieren muss in die zwischenräume gepasst reingespritzt von andy böller und dann mit links direkt abgezogen unhaltbar die anstrengung der borussia und die planung von ottmar hitzfeld mit flemmig pausen ist natürlich hervorragend aufgegangen das hat man jetzt immer so schön wenn der trainer das goldstück gefunden hat im sandeimer viel mehr schwung und die schocken jetzt nur nicht einschlafen nach diesem treffer riedle abseits ja ich denke das ist okay ich denke das ist okay linien liegt da genau auf der höhe jetzt kommt es nochmal ja also ich habe auch kein metermass dabei wir wägen gerade ab vielleicht eine handbreite oder zwei mag es gewesen sein entscheidung in ordnung verkennen ja zu ohnmacht verdammt die in der ersten reihe sitzen aber in der pause da hat er ja eine chance was zu ändern und das hat er gemacht ottmar hitzfeld kre raus und pausen rein und lambart beim eckball der lange weg zurück für chris mccartt den mannschaftskapitän natürlich haben sie hier längst angestimmt wir holen den uefa cup und dann in 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 jetzt versuchen wir zackhaft eine laola welle hier und flemming pausen sprechchöre gegen den wundert es ohnehin sehr beliebt und hat den treffer von handi möller genial vorbereitet in der 57 was sie im moment nicht sehen können liebe zuschauer der spieler trainer hat schon mal die trainingshose ausgezogen ist das nur eine drohung oder ein versprechen vom schottischen coach nolan korrekt korrekt von davis auf der linken seite läuft jetzt bei dort und eigentlich kaum noch was seitdem der pause da ist sie haben sich förmlich auf den eingespielt auf der reine schweig schweig viel leben Schön, Möller. Lambert. Innen liegt Arnett. Aber hier kommt McKinnon. Dohlen und Coyne. Wieder Lambert. Dohlen, der hat Platz. Ja, das war der erste Ballkontakt von Charles Agius, dem Unparteischen aus Malta. Ja, damit steht er in krassem Gegensatz zu Andreas Möller. Der hatte in diesem Spiel schon über 70 Ballkontakte, liebe Zuschauer. Das wäre der 71. mindestens, mindestens. Und das ist verdammt viel, auch für einen Mittelfeldspieler. Oh, schon wieder, wie es Verständnis durch Giulio Cesar verantwortet, meine ich. Da. Fast eine Vorlage, wenn da einer mitgelaufen wäre von den Schotten. Wieder Paus. Schön. Ja, wenn man schon durchläuft bis zur Grundlinie, dann müssen die Flanken aber in den Rückraum kommen. Weil, was wir beobachtet haben, die schottischen Abwehrspieler immer mit nach hinten gehen. Dann ist es vielleicht ein Rezept. Aber nicht die Linie entlang. Ja, alles lässt er natürlich auch nicht mit sich machen, der Giulio Cesar. Mal noch mal betonen, liebe Zuschauer, eigentlich sein erstes Spiel, sein ernstzunehmendes Spiel für die Borussia nach dem Pokaleinsatz bei Altona. Faserriss, dann Knieprobleme, weil er zu früh und zu schnell wieder belastet hat. Da fehlt noch ein bisschen was. Auch in der Kondition. Aber das ist ein Vollprofi. Der tut sehr viel für seinen Körper. Und will sich voll einbringen hier bei der Borussia. McKinnon. Kein Problem. Eine außerordentlich faire Partie, die dem Herrn Agius aus Malta eigentlich überhaupt keine Probleme macht. Natürlich gab es ein paar Pauls. Und da ein Wechsel. Bei den Schotten. Arnett geht raus. Und der lange Kirk kommt. 31 Jahre alt, Mittelfeldspieler und Stürmer. Je nachdem. Sagte eben schon mal, irgendwann hat er am Samstag das Tor gemacht zum 1 zu 1 für seine Mannschaft bei Dandy United. Ja, da geht er auch gleich ganz vorne rein. An die Seite von Coyne. Oh! Der ist aber auch listig, dieser Coyne. Schön, wie er da gerade vorliegen wollte auf Kirk. Herr Pausen versucht es immer wieder streng nach der Maßgabe von Ottmar Hitzfeld. Kurze, schnelle Pässe. Lamberts. Lamberts. Da sind sie gleich wieder mit drei, vier Spielern um Riedle herum. Aber jetzt ist Raum auf der anderen Seite. Gut gesehen von Riedle. Auf Reuter. Pausen. Abseits, abseits, keine. Einmal durchatmen, keine Aufregung, die vergeblich wäre, liebe Zuschauer. Was soll das Ganze? Kriegen wir gleich noch einen Adrenalinausstoß hier. Alles für die Katz. Da braucht man eigentlich keine Zeitlupe, das war ganz deutlich. Das da, Riedle im Abseitstand. Aber schön gemacht eigentlich von Stefan Reuter, der sich da auch mal was zutraut. Ja, da haben wir es. Da haben wir es nochmal deutlich zu sehen. Der Knut Reinhardt wartet jetzt schon seit 15 Minuten drüben links. Vergeblich mal angespielt zu werden. Damit kommt nichts mehr. Ja, der zieht seinen Gegenspieler, Chris McCarty jetzt weit heraus aus der Abwehr. Das könnte eine Chance sein. Was gibt es nun da? Gelbe Karte. Nein, ein Wechsel. Wechsel bei den Dortmundern. Heraus geht Karl-Heinz Riedle. Und für ihn, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, kommt der neue Möller. Da wissen Sie schon, wen ich meine. Lars Ricken. Das 18-jährige Jungtalent. Der Dortmunder, Borussia. Der hat heute noch bis 14 Uhr die Schulbank gedrückt. Der ist im letzten Jahr, darf ich sagen, penne. Also Sie wissen schon, ich will sein Abitur machen. Ein bisschen Nachhilfe darf es wohl sein bei einer solchen Unterbrechung. Wenn ich das recht deute, heißt es, ihr müsst sie einkreisen oder an die Kette legen, an die Runde. Janin. Julio Cäsar. Leiser, erster Ballkontakt. Ricken, wieder auf Cäsar. Deutliches Übergewicht der Dortmunder. Und Kirk. Coyne. Gut, Bodo. Bodo Schmidt, ein solider Abwehrspieler, der Dortmunder. Hat im Moment eine sichere Position, weil der Günter Kutowski noch fehlt. Und wir wollen vielleicht auch mal daran erinnern, dass es ja auch den Ned Selic gibt hier bei den Dortmundern. Eigentlich auch ein Libero. Hab viel Pech gehabt. Und das ist Lambert. Eckball, ja. Also, der gute Ned Selic. Virusinfektion. Weit zurückgeworden. Oder doch kein Eckball. Da wird der Ligenrichter überstimmt, hätte ich fast gesagt, von seinem Schiedsrichter. Und der hat noch mal das Sagen. Charles Agus. Na, na, also ich denke mal, da würde ich dem Linienrichter mehr vertrauen. So halb durch die Beine von Knut Reinhardt. Ich weiß nicht, ob Sie es noch gesehen haben. Der Linienrichter, der guckte um die Ecke. So scharf wie eine Rasierklinge. Das ist doch noch wirklich schön. Solche Bilder, das war Co-Trainer Andy Watson im Wortspiel mit Ottmar Hitzfeld. Auch wenn das immer so angenehm ist. Wir sind überhaupt sehr angenehme Typen. Wir durften die Gastfreundschaft der Schotten am letzten Samstag auch erfahren und genießen den Dundicht. Merkennen. Na, dieser Kirk, der läuft immer ein bisschen stark sich durch die Gegend, der Blonde. Kommt bisher noch nicht so richtig ins Spiel. Julio Cesar wechselt sich ab mit Zorc hinten drin und jetzt Reuter. Schön Ricken freigelaufen. Das war gewissermaßen ein Schuss vom eigenen Mann, von Philippen. Hier sicher noch mal zu sehen. Ja. Da kam so ein unverhofftes Flugobjekt auf ihn zu. Auf den Steve Woods. Aber der stand richtig im kurzen Eck. Davies, kein Mensch hier bei den Schotten auf der linken Seite. Und der McKinnon traut sich nicht, weil er inzwischen eine Ahnung hat, wer Flemming-Poulsen ist. Sag mal. Ricken. Kurze, schnelle Schritte. Und ein Auge. Hat er gut vorgehabt, der Flemming-Poulsen. Wollte sich schön vorbeilegen an Chris McCart. Wieder Ricken. Ein Schlitzer, dieser Typ. Dieser Lars Ricken, ein sympathisches. Hat schon alle Finden drauf. Hier, schön angetäuscht. Gegen Davies. Das war eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler. Ein Spielmachertyp, der Impulse setzen kann, der Junge. Jetzt mal über links. Knut Reinhardt. Für Motherwell. Für Motherwell. Ja, den muss Shafu Isan noch berührt haben. Und ein neuer Wechsel bei den Schotten. Bill Davies ist angeschlagen, humpelt. Und für ihn kommt Paul McGrill mit der Nummer 14. Also, bevor wir jetzt die Grillenpfeifen hören, sage ich Ihnen mal, das ist ein Stürmer. 23 Jahre alten Linksfuß. Auch schon endlos bei Motherwell. Im Grunde ähnlich so ein Typ wie der kleine Arnett. Klein und wuselig. Und wenn man jetzt mal zusammenzählt, dann hat Alex McLeish jetzt eigentlich drei Spitzen auf dem Feld. Nämlich Coyne, McGrillen und Kirk. Böller. Ja, in den letzten Minuten ein bisschen zurückhaltender. Ja, da hat er kaum eine Chance, der Stefan Shafu Isan. Das ist ohnehin nicht ganz ein Tag. Und ich meine, man kann auch in den letzten Minuten feststellen, es schwinden bei ihm ein bisschen die Kräfte. Die hat er gelassen in diesem Duell mit Chris McCart, diesem kantigen Vorstopper. Einen Torschuss haben wir gezählt. In 75 Minuten bei Stefan Shafu Isan. Jetzt aber Coyne. Ja, das war noch mal ein Eindruck davon, wie der sein Revier markiert, der McCart im Zweikampf mit Stefan Shafu Isan. Da. Also das ist so einer, von dem man sagen würde, dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Brian Martin. Martin jetzt wieder etwas zurückgezogener in der schottischen Abwehr. Dafür McKinnon. In der vorderen Vierer Reihe. Mehr Druck kann das ja nur heißen bei Alex McLeish. Lambert und Shannon. Wieder Lambert. McGrill in der neue Mann. Das war aber auch nötig, dass der Stefan Klos da dran kam, denn direkt hinter ihm stand Stephen Kirk. Solche Dinge kann der. Sama. Shafu Isan. Handspiel. Gut, dass er uns das erspart hat. Zehn Minuten noch. Mager, mager, mager. Dieses 1 zu 0. Noch mal ein kurzer Rückblick. Vor zwei Jahren hier gegen Celtic. Stand ist am Ende auch nur 1 zu 0. Hat dann doch gereicht, weil die Dortmunder im Rückspiel in Glasgow mit 2 zu 1 gewannen. Aber darauf kann man sich ja keineswegs immer verlassen. 2 zu 0 war das Traumergebnis von Ottmar Hitzfeld. Möller. Sein Tor in der 57. Steht da. Aber er hängt jetzt ein bisschen durch. Er hat eine tote Phase, der Andi. McGrill. Die Dval hour. 4 zu 25. Maher, mager. 14. Maher, maher. 3 zu 0. Und gedrotern. Ja, mit Haken und Ösen, Brian Martin, dann ist er eigentlich schon vorbei und dann unten, und mit links hat er ausgehebelt, den Stemmann Schaprisa, korrekte Entscheidung. Wieder Julio Cesar, ganz hinten blauer Drecke, aber zunächst mal Endstation am kantigen Schädel von Chris McCart. McGrill, ja, und Dolan, der hakelt, ja, im Mittelfeldspiel, da hapert es natürlich bei den Schotten. Wenn Sie sich vorstellen, die haben am letzten Freitag noch ihren besten Mann verkauft, Phil O'Donnell, für viereinhalb Millionen Mark zu Celtic, Glasgow, das wäre ungefähr so, wie die Dortmunder am Wochenende Matthias Sommer verkauft hätten. Aber die brauchen das Geld. Und Böller. Hoch! Eckball. Möchte ich gerne noch mal sehen, wer da die Birne hingehalten hat. Das muss Philippin gewesen sein. Philippin, der Vierer. Pausen verlängert und Schappi kommt nicht mehr ran. Böller. Ein Aufsetzer, tückisch, über Schappi hinweg. Er verfolgt den Ball förmlich in der Luft. Always to keep the ball in the air, sagen die Schotten. Wenn sie den Ball immer wieder hoch durch die Lüfte spielen, genau wie beim Golf. Paul Lambert, für mich noch einer der auffälligsten im Aufbauspiel der Schotten im Mittelfeld. Neben Dolan, Martin. Keun! War nicht schlecht, nicht schlecht mit dem rechten Innenriss. So ein Drehschuss, aber der hatte nicht genug Effet. Sonst wäre es, glaube ich, für Stefan Kloß Brenzliger geworden. Ja, Steven Kirk. Der Mann, der für Douglas Arnett gekommen ist. Noch einmal, Lambert. Da muss Matthias Sammer schon energisch nachsetzen, weil Julio Cesar die Situation nicht unter Kontrolle begann. Also, die Schotten hier in den letzten fünf Minuten werfen nochmal, ich will nicht sagen alles, aber sehr viel nach vorn. Wackelt die Borussia. Keun wieder hinten, hinterm Torwart und in der Mitte spritzen da McCartt und Martin in die Lücken. Aber diesmal kamen sie zum Glück nicht an, zum Glück für die Dortmunder. Jetzt auch Abspielfehler und Lars Ricken haut rein hart, wieder auf Ricken. Na, sie gehen jetzt nicht mehr entschlossen genug, nicht mehr entschlossen und schnell genug nach vorn. Wieder ein Querpass. Inzwischen ziemlich hinten dicht wieder die Schotten. Schön, Pausen, auf Reinhardt. Super, super Flemming. Oh, ein ganz, ganz böses Faul mit Grillen gegen Sammer. Rote Karte. Ich glaube, da gab es nichts anderes. Wir haben es in der Zeitlupe noch nicht gesehen. Aber das sah ja tierisch aus, wie der da rein ist. Jetzt kommt die Zeitlupe. Da. Boah, trifft ihn am Schienbein voll. Menschens kennt McGrillen. Das war nicht die feine britische Art. Das muss ich hier doch mal sagen. Aber es war das einzige, wirklich unanständige Foul in diesem Spiel. Völlig zu Recht, die rote Karte für Paul McGrillen. Gibt's auch gar keinen Protest bei Alex McGlisch. Das hat direkt vor seiner Nase passiert. Noch einmal Ortsbesichtigung. Das Schienbein von Matthias Sammer. Muss natürlich jetzt raus zur Behandlung. Gut zwei Minuten hier noch regulär zu spielen. 1 zu 0. Und da ist er schon wieder. Super, Matthias. Ein bisschen abgetaucht nach seinem Führungstor in der 57. Und wieder Matthias Sammer. Durchhalten. Die letzten Minuten und Sekunden. Er arbeitet unheimlich viel der Matthias. Viel mehr als das Pflichtprogramm von ihm verlangt. Der läuft auch in seiner Freizeit und Abseits. Schön gestellt hier von Matthias Sammer. Zwei Schritte nach vorn, endlich mal. In der zweiten Halbzeit. In der ersten hat das viel häufiger funktioniert bei den Borussen. Die Abseitsfalle. Eine Minute regulär. Biskin wird er drauflegen. Charles Agius, der Umparteiische aus Malta. Pausen. Schön auf Ricken. Mach was. Versucht es aber so knapp. So knapp von der Torauslinie. Kein Eckbau. Also der erwartete Arbeitskick. Das ist es dann am Ende doch geworden. Offenbar Hitzfeld lag. Richtig mit seiner Einschätzung bei dieser schottischen Mannschaft. Kampfstark, laufstark. Gefährliche Konter im ersten Durchgang. Da mussten die Borussen sogar aufpassen. Bei einigen leichtsinnigen Fehlern in der eigenen Abwehr. Viel mehr Schwung kam bei Dortmund erst zu Beginn der zweiten Hälfte. Durch die Einwechslung von Flemming-Pausen. Und da lief viel über die rechte Seite. Und so kam auch das Führungstor von Möller zustande. Der danach abtaubte in der 57. Minute. Ricken noch einmal über rechts. Ja, aber wenn der dann auch noch kommt, der kantige McKinnon, dann ist er erstmal in Station. Kein anderer als Matthias Sammer war es, der in realer Einschätzung des heutigen Gegners gesagt hat, die endgültige Entscheidung dieser Partie, die wird erst im Rückspiel fallen. In Motherwell. Und da wird die Hölle los sein in diesem kleinen Hexenkessel, wo höchstens 15.000 Zuschauer reinpassen. Ja, der Schwung ist weg. Der Schwung nach vorne ist jetzt weg bei den Dortmundern. Und da ist es aus. Schuss und vorbei. Na, wenigstens, wenigstens dieses 1 zu 0 hier nach Hause gebracht. Ein knapper, ein knapper Vorsprung. Und ein kleiner Schandfleck auf dieser Begegnung, die rote Karte von McGrillen in der 87. Minute. Das war's, liebe Zuschauer. Ich hoffe, wir haben sich ein bisschen unterhalten können mit dieser kampfbetonten Partei. aus dem Tüten von Tüten Vielen Dank.